Nach unserer Mega-Session endlich wieder eine Runde GTA Online. Diesmal natürlich wieder eine normale Folge. Wir wissen noch gar nicht genau, was wir machen, aber da vorne kommt der Benni, auch von den Circle of Alchemists, die auch ein bisschen Mucke immer für die Super-Hummies machen und so. Oder hier auch im Outro der Track, der kommt jetzt auch mal vorbei hier. Und wir gehen uns mal ein bisschen Muni kaufen, weil wir hatten ja in der letzten Folge ziemlich viel ausgegeben, will ich mal sagen. Ne? So ein bisschen Munition ging drauf. War extrem die letzte Folge. Boah, hast du deinen Kaffee getrunken? Tobi, hast du deinen Kaffee getrunken? Ich habe eine ganze Kanne getrunken. Oh, das heißt du bist jetzt ein bisschen hyperaktiv? Ich bin jetzt voll aufgeregt gerade. Also wie immer. Aber das größere Magazin lohnt sich wahrscheinlich auch für die Dings, oder? So, die ist voll. Ja, auf jeden Fall. Da kannst du bis zu 1800 mitnehmen. Oh, ich habe Haftbomben, Freunde. Ich habe größeres Magazin gekauft, aber der sagt mir immer noch, dass Schuss voll ist. Ja, das ist aber längere Zeit bis zum Nachladen, glaube ich, ne? Ich muss dringend mal überweisen auch. Mir? Ne, dir nicht leider. Ich wünschte, ich könnte dir was überweisen. Ach, man kann sich ja sogar Schuhe kaufen. Hat man dadurch einen Vorteil? Schuhe? Die Füße werden nicht nass. Das ist ganz neu. Schuhe. Ach, guck mal, hier gibt es ja auch Sonnenbrillen in Ammonation. Wie geil ist das denn? Oh nein, da habe ich jetzt wieder was gesagt. Nee, ich will eh mal mich neu einkleiden übrigens. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Ja, ich brauche auch mal ein paar neue. Vielleicht machen wir heute so und so einen Schnüppel, ne? Mal ein bisschen Ruhe hier jetzt, ne? Ja, genau. Wir werden in der letzten Folge echt Action. Ey, ich will fahren, da. Okay, ich fahr beim Walle mit. Ich fahr beim Walle mit. Wo ist denn der B-B-Benny? Der Benny müsste sich da vorne irgendwo rumtreiben. Warte doch mal! Ach so, hier springen rein, Alter. Ich habe gerade so eine coole Countrymusik gehabt. Da musst du direkt losfahren, weißt du. Ich bin drin. Drück aufs Gas, Junge. Yeah, geil. Wieder auf den Road. Klamotten da hatten. Ich markier mal eben, ja? Ja, markier mal eben. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir auf einem Crew-Server zocken. Also jetzt nicht online. Fahr mal in die Stadt. Fahr den die Stadt, ja. Ich muss ja zugeben, wir müssen es trotzdem mal wieder machen mit dem Online-Zocken und sowas. Ja. Allein wegen deinem Freunde Ameisen. Ja, natürlich. Ich vermisse ich schon wieder ein bisschen. Ich brauche ein bisschen Nähe und Zärtlichkeit. Das Rennen oder sowas. Können wir auch alles mal machen. Boah Mist, ich habe meine Karre nicht an. Ne, wir kriegen ja eh Karren gestellt. Ist ja egal. Wart ihr in die Stadt zum Klamottenladen oder hier? Ne, da unten bei Sandy Shores, oder? Weiß nicht. Ah ja, okay, gut. Easy. Oh, da kommt Zug. Huh. Kauft ihr ein Ticket. Einen Kug. Man muss doch mal, man muss doch mal ganz klar den Tobi loben. Ja, das Ende der letzten Folge war ja wirklich oberspannend. Wir haben extra eine Domain eingerichtet. Tobiloben.de. Da könnt ihr euch eintragen. Gibt es wahrscheinlich wirklich. Ja. Sie ist nicht von uns. Zur Info. Warte mal, ich muss mal was Lustiges machen, Gong. Sonst ist mir das zu langweilig. Wieso fahre ich überhaupt bei dem mit? Wieso fahre ich bei dem Spongo mit? Aber gut gelandet. Gut gelandet. Boah Alter, das wäre eigentlich ein Monster-Stunt gewesen, oder? Ganz ehrlich. Die Monster-Stunt müssen wir auch mal alle abklappern, ne? Ach ja, es gibt noch viel zu tun hier. Aber war lustig. Komm, so ein bisschen Jumpy-Style. Doch, war gut. Hast du auch gut wieder auch hingekriegt. Ey, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist hier zur linken Seite mal das Gefängnis zu besuchen. Kriegst du gar keinen Stern mit da rein. Ja, ich bin dann mal auf den Turm geklettert, es war sehr schön. Ja? Ja. Dinge sind geschehen. Hier zu dem hier fahrt ihr oder was? Ach hier. Aber die haben doch so Billo-Klamotten. Das ist doch so ein Billo-Klamotten. Nee, die haben doch alle Klamotten in Online-Modus. Online haben die doch eh alle Klamotten. Ach so. Na klar. Nee, du musst dann auch in die teuren. Oh, ich hab voll die blauen Flecken vom letzten Mal. Wir sind ja nicht level... Komm, wo sind die Hosen? Wo sind die Hosen? Oh. Ich glaub ich mach mal hier so ein bisschen. Ich mach mal was anderes jetzt einfach. Ich auch. Ja, bitte? Für der Mann. Cool, dass man das T-Shirt voll gut sieht, wenn man die... Ich muss erstmal die kugelsichere Westi ausziehen, ey. Ja, ich zieh glaube ich auch was Neues an hier. Die Verkäuferin freut sich bestimmt gerade voll. Die hat heute Hochkonjunktur. Wer denn? Die Verkäuferin. In zehn Jahren kommen nicht mehr so viele. Ach geil, du kannst... Wie geil ist das denn? Du kannst Jacken übern Hemd und so anziehen. Wie geil ist das denn? Ja wirklich? Oh, das ist ja Affe-Summe. Wie kann ich nochmal auf mein Inventar zugreifen? Der Leck gedrückt halten. Der Leck gedrückt halten war das genau. Und dann Inventar. Ich muss aber grad die Weste erstmal ausziehen. Übrigens. Ja genau, das meinte ich doch. Ah, okay. So. Huch! By the time we hit that chadda town. Die Musik ist super. Sonst seh ich das ganze Shit ja nicht. Den, den wir hier kaufen könnten theoretisch. So. Shirts. Hmm. Bisschen zu... Matsch. Oh Gott, ich seh aus wie ne alte Oma ey. Freunde, schreibt doch mal in die Kommentare lieber das Shirt hier das Rote oder lieber das Weiße. Ich tendiere immer zu weiß, aber ich bin da ein bisschen eingerostet. Ja. Das ist eh mal interessant zu wissen, was die Leute so privat tragen, find ich auch. Also ich trag nix. Verantwortung. Ja du sitzt immer nackt vorm Rechen. Oder so. Ja du bist ja nur distant-letsplay.de. Ich find das übrigens cool. Ich find das übrigens cool, dass man so Narben und sowas dazu kriegt, wenn man stirbt. Ich hab schon drei Einschlusslöcher am Körper. Und mein linker Arm ist schon lidiert. Aber die gehen auch wieder weg, oder? Ich glaube die bleiben. Ne, ich glaub nicht. Also wenn die immer bleiben würden, wie würdest du denn nach einer Zeit aussehen? Ja. Wie Trevor. Wie ein Sponglo, ja. Allein nach unserer Folge, wo wir uns alle gegenseitig immer umgebracht haben, dann würden wir jetzt äh... Stil sehr ähnlich sein. Ja? Stil. Verstehste? Nice. Die Lederjacken sind irgendwie... Verstehen die? Verstehen die? Die Lederjacken sind irgendwie ein bisschen uncool, find ich die auch. Ja, find ich auch, find ich auch. Ja, das stimmt. Ich hab mir die Rote jetzt mal geholt, die geht eigentlich von denen. Oder... Oder... Ben ist da. Oh Gott. Das ist so eine Assi-Hose, Alter. Ich geh mal ein Bier holen. Aber Cappies sind auch mal geil, dass es welche gibt. Oh Gott, Alter. Vermütze. Was ist das? Ach, oh Scheiße. Sieht aus wie... Wie in echt wahrscheinlich dann. Ohrenschützer. Sieht echt scheiße aus teilweise. Warum kaufen... Soll man sich einen Helm kaufen? Dann kriegt man doch... Alter, ich... Gibt's ja auch Sonnenbrillen in dem Laden? Ja. Hm... Das würde gehen. Ne, das sieht kacke aus hier, Leute. Noch kein Trikot. Soll denn da ein Trikot sein? Das ist ein cooler Pulli. Kann man sich hier keine Rosen kaufen? Keine Schuhe? Wer steht denn hier wieder halbnackt? Ach, guck mal hier. Der Ben hier ist einer der harten sollte. Der ist grad aufgestanden. Aber er hat Kopfhörer aufm Kopf. Das passt ja. Alter, läuft hier mit Tanktop und Unterhose rum. Ich glaub ich lass den so. Gibt's denn hier Sonnenbrillen? Elegante Schuhe. Guck mal hier. Alter was. Die Alchemisten rennen echt nice. Die rote Lederjacke, die du hast, find ich nicht schön. Aber das ist Geschmackssache. Ich wollt mal was anderes machen, weißt du? Nicht das Übliche und ich lauf ja sonst auch immer gleich rum. Wollte ich einfach mal ein bisschen Farbe bekennen. Kann man sich denn hier Hosen kaufen? Hier hinten. Hier hinten. Wo denn, wo bist du, Tobi? Hier. Hallo. Ja, ich komm ja, ich komm ja. Oh, was hast du denn geiles an? Ah, sexy. Könnt ihr mal aufhören euch zu paaren in der Folge? Nur noch ein paar Mal bitte. Na gut. Ach, da gibt's Sonnenbrillen. Bin echt die ganze Zeit dem Walle nachgelaufen. Lass das nicht den Dennis hören. Ich dachte wegen Sonnenbrillen und so. Jahrelange Freundschaft und so, weißt du? Du darfst in den Walle hinterher, den Ruhm. Boah, so beschissene Brillen es auch gibt, ne? Ja. Ja, mega scheiße. Schutzbrillen find ich eigentlich ganz cool. Was brauch ich denn eine Pilotenbrille? Luxusbrillen. Die Luxusbrillen sind auch extrem scheiße aus. Und dass man nicht die Schuhe mit einem bestimmten Level nur kaufen kann, find ich auch ganz ehrlich. Lohnt sich vor allem gar nicht bei den Schuhen. Teilweise. Ja. Also die Schuhe sind größtenteils irgendwie scheiße, oder? Ich find's allgemein sehr merkwürdig, was man freischaltet, so Sachen. Alter, was ist das denn? Die Hipsterbrillen sind da super ekelhaft. Oh Gott. Teilweise haben wir auch ein paar coole noch dabei. Geht. Ich hab ein, zwei, die sehen gar nicht so schlecht aus. Ich hab ein bisschen was von Paris. Ich hab ein bisschen was von Paris. Ich glaub, du hast mich alle hier. Ja, Sarahz hat lange ja kein Selfie mehr gemacht. Soll ich das nicht ansprechen? Doch, mir egal. Kannst du gerne machen, oder? Ich glaub, ich nehm mal diese Turnschuhe hier einfach. Die sehen zwar an der Spitze ein bisschen komisch aus, weil da ein kleiner Grafikfehler ist. Ja, ich mach jetzt einfach mal, ich mach jetzt mal ein anderes Outfit als sonst immer. Juhu, das sind die Alchemisten. Was hat denn die Heideltraut für Zähne, Alter? Heideltraut, was ist mit deinen Zähnen los? Steck die mal ein. Das ist der Blasmund. So verdient mir mein Geld hier. Du hast voll den Maulwurfmund. Duckface. Wie zieht man denn, übrigens, was ich noch sagen möchte, ist wenn man... Guck mal, hier, die geht auch, die Hipsterbrille, wenn ich zum Beispiel die tue. Endes, bleibt mal so stehen. Bleibt mal stehen. Mit den Hipsterbrillen kann ich nix anfangen, irgendwie. Die sehen doch ganz okay aus. Wenn ihr im Rockstar Social Club bei der Slay Massive Gruppe guckt, da könnt ihr euch ansehen, welche Selfies wir immer machen. Also ihr könnt euch alle Bilder da ansehen. Tobi, hast du mich mit drauf? Hast du mich mit drauf? Warte, warte, warte. Komm, wir machen ein Hochzeitsnachtsfoto. Was? Was ist das für Hüte? Also du hast ein bisschen was von Ray Garvey, kennst du den? Nee, wer ist das? Hier, der von Voice of Germany, dieser Rocksänger. Ich geh mich ja noch einkleiden. Ach nee. Sieht ein bisschen aus wie der Timbo. Ja, genau. Genau. Ich finde, wir sollten uns alle hässliche Holzfäller-Shirts rumlaufen, damit rumlaufen. So ein Partner-Look, alle zusammen. Ich hab mir einfach mal so eine billige Käppi geholt. Ich seh ein bisschen aus wie der Sascha, muss ich sagen. Oh ja, Alter, ich hol mir auch noch mal... Geil. Guck, ich mach auch mal schnell die Hüte an. Sieht behindert aus, Alter. Alter, die Beanies. Alter, ich hol mir jetzt so eine hässliche Mütze und lauf damit rum. Ist mir egal. Aber die Mützen, finde ich, gehen ja fast noch im Vergleich. Alter, nee. Nicht bei mir, Alter. Das ganze Knicken. Das sieht aus wie ein Kondom auf dem Koppenhalb abgerollt ist. Passt ja schon mal. Ein Cowboyhut geht natürlich klar. Wo sind denn die Cowboyhüte? Alter. Was hat Ben denn an? Obwohl die sehen halt nicht so geil aus. Ich brauch den Weißen. Ja, den Weißen ist nice. Boah, den Weißen will ich haben. Scheiße. Der würde super passen auch grad zum Outfit. Guck mal hier, der Timbo spielt mit. Shit. Brauner Cowboyhut. Shit. Was hat der Alchemist denn an, Alter? Der Braun ist nicht so richtig geil. Der Fedora würde auch gut zusammenpassen hier im Spiel. Guck mal. Bleib mir stehen. Ja, der Fedora geht auch, aber der ist auch nicht so. Der Reiche und die Schöne hier. Paris Hilton und Harry Weinfurt. Wobei, ich sehe ein bisschen zu langweilig aus, finde ich. Warte mal. Du hast voll die Hamsterbacken. Ja. Hey, irgendwie sind die gar nicht so geil, leider. Ne? Ist alles ein bisschen mau. Ja. Vorher mit den Haaren sieht das voll behindert aus. Die Leinenhüte, Alter. Das geht überhaupt nicht. Ah, warte mal. Da ist noch was weiter unten. Helme. Dennis. Die Helme gehen auch nicht. Den hab ich doch, den Crosshelm. Warum muss ich dafür nochmal Geld... Boah, der ist schwarze Helm. Den nehm ich. Wieso gibt's bei den Caps eigentlich nur so wenige? Alter, so ne Rumpelmütze könnte ich mir natürlich holen. Boah, da gibt's den Totenschädelhelm. Der ist nice. Naja. Wo kann man sich Hose heute, Ovi? Sorry, Freunde, für die. Aber wir hatten ja in der letzten Folge Nuk-Action. Ja, jetzt können wir auch mal ein bisschen was... Genau. Ne, easy. So, ich... Die Kondom-Mütze, Alter, aber die geht nicht. Kann ich nie machen. Wir haben ja nochmal ne neue Hose holen. Wo gibt's denn Hosen hier, Jungs? Da vorne? Äh, die hängen ja so rum. Fenster vorne, am Schaufenster. Ist hilfreich, ne? Obertheiler, ja. Ja, weil, wo Hosen sind, gibt's auch nicht unbedingt Hosen. So, jetzt hab ich mir einfach mal Kopfhörer geholt. Einfach nur, weil ich mir keine Mütze holen wollte. Hä? Ach, da vorne. Genau. Da, wo Heideltraut steht. Schick Heideltraut. Mal willst's den Style von Alchemisten machen. Ja. Find ich eigentlich ganz cool so. Warte mal. Heideltraut, bleib mal ohne Hosen. Das, das sieht gut aus. Ja, ne? Vor allem... Du siehst aus wie so ein perverser im Park. Entschuldigung, jetzt bin ich richtig. Ich nehme mal die blauen Jeans einfach hier gerade. Ja, geil. Hammer, oder? Ich finde, wir sollten irgendwann, vielleicht nicht jetzt, aber wir sollten irgendwann mal echt flitzen gehen. Alle nur Unterhosen anziehen, dann so rumlaufen. Aber auf Online-Server, sonst macht das ja keinen Sinn. Ja, natürlich. Das machen wir aber mal, ne? Guck mal, was ist sonst noch für Sonnenbrühe? Mittlerweile bin ich ja ein bisschen weiter. So, ich glaube, ich bin durch. Bin auch langsam durch. Einmal wieder was Neues angezogen. Muss auch mal sein. Da hilft keinem meckern. Warum nach der Mega-Folge letztes Mal? Ja, eben. So, Geralt hat Probleme am Pier. Da können wir auch eine Mission machen. Wieder eins bis vier Spieler wäre fast Perfettimo. Boah, die Pilonenbrillen sind überhaupt nicht übertrieben teuer. Ne. 4.000 geb ich doch nicht für eine Sonnenbrille aus. Ja, ganz neue Töne. Die graue Polizei, die nehme ich mal mit einfach, weil die gerade da ist. Sonst immer unter 4.000 kaufe ich nix. Oh, ja. Ach, das sehen auch nicht so stylisch aus. Ich bin fertig. Alter. Alter, nicht dein Ernst, oder? Rumpel? Rumpel bist du es, Alter. Aber ey, Rumpel. Geil, auch mit dem Flipflops in den Socken drin, Alter. Bleib mal so stehen gerade, Dennis. Gerade noch mal zu mir gerutscht, bitte. Ich würde gerne ein Foto machen von dir. Ja, ich mach. Ey, du hast voll die Knorpel auf deinem Rücken. Ja, ne, voll ekelhaft. Warte mal. Alter, wie ekelhaft. Warte, bleib mal stehen, nicht drehen, bitte. Bah, das sieht voll ekelhaft aus. Äh, das sieht aus, als würdest du bei Walle machen gerade, weißt du, ne? Ja, mach ich ja, warte mal. Achso. Warte mal. Warte, bleib mal stehen. Das ist ja unfassbar. Von so einem ekelhaften. Äh, Alter. Lass das mal. Geh weg. Geh weg. Ich hab mir, äh... Ah, sehr cool, ja. Ich weiß nicht, wer sich die holt, weißt du? Die möchte gern Beats bei Dre, ne? So, womit fahren wir denn? Walle, wir haben nach vorne geparkt. Naja. Ist ja deine Karre, ich lass dich mal fahren. Meine parkt hier irgendwo. Ich brauch mal schnell ein neues Auto bald. Ja. Ah, warte mal. Ich muss, bevor ich jetzt die Scheiße brauche, weil ich hab so viel Bargeld dabei. Willst du noch eins zahlen gerade? Würde ich einmal kurz mal eins zahlen, ja. Sollte die ja alle machen wahrscheinlich besser. Nee, haben wir schon, haben wir schon. Hallo Tobi. Ah, da schon. Läuft's jetzt wirklich so rum? Tobi, komm wir fahren mal irgendwo hin, wir beide. Ich seh schon. Was, wie fahren die denn nicht? Ach, will ich doch gar nicht. Ach, will ich doch gar nicht. Du brauchst nicht mit mir wegfahren, du musstest nicht hupen, dass ich einsteige. Da Tobi. Guck mal, geht beide ganz allein. Ich geh. Boah, die fallen hier alle scheiße. Kann ich mich jetzt hier auch anziehen wieder? Nee. Nee? Nee, musst du einen Kleiderschrank machen, oder? Okay, warte, ich ziehe mal ganz kurz was an, Tobi. Nee, bleib doch so, Alter, ist doch lustig. Ja, ich hab mir gerade nur was angezogen. Geht das so, Tobi? Ach, schade. Was hast du denn angezogen, Presa, oder wat? Eine Schutzweste. Komm, wir fahren ein bisschen Halfpipe heute. Wuuuuh. So, die Frage ist, was machen wir als nächstes denn? Machen wir eine Mission, oder machen wir einen... Wuuuuh. Mission, Rennen, was wollen wir machen? Ich hab eine Mission, aber nur 1-4 Spiele. Also, was machen wir mit dem Alchemisten dann? Ich weiß nicht. Der ist ja so schüchtern, der sagt ja gar nichts. Der ist ja auch nicht immer fähig. Der Baby. Wuhuuu. Wollen wir die starten, oder? Oder ich weiß nicht genau. Ja komm, starte mal eine Mission hier. Ich bin auf jeden Fall geschützt. Soll ich mal machen? Ja, lass uns doch mal ein bisschen Kacke machen hier gerade, oder? Wir machen doch immer Kacke und dann sterben wir und haben kein Geld mehr. Sollen wir mal ein Rennen machen? So mit einem eigenen Punkt. Wir können auch ein richtiges Rennen machen. Dafür gibt's ja irgendwie 30 Milliarden. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, ne? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Pass auf, ich mag nicht abschießen. Ich weiß nicht. So, Kinder. Ja, Papa, guck mal nach dem Rennen in der Nähe. Nicht fahren, jetzt sei ein bisschen irre rum. Hier ist direkt ein Rennen in der Nähe. Alter, was ist denn da los? Was machst du denn? Hör auf. Uh. Okay, Baby, bist du bereit? Rock'n'Roll. Bam. Alter, das ist ein Tobi nicht. Tobi, das ist gar nicht. Nicht in den Knast fahren. Bist du bekloppt? Doch, klar. Hör auf mich in den Knast. Ach so. Wenn den Knast wäre ich da aus. Da haben wir sofort vier Sterne. Und du hast Seife am Hintern. Oh. Mit deinen langen, blossenen Haaren. Machst du da, Tobi? Ja, guck dir doch mal das Auto an. Wie geil das so aussieht, wenn wir beide da so drinnen sitzen. Ja, ne? Sehr echt lustig aus. Und wir nehmen einen anderen Wagen. Oh yeah. Schöne, schöne, schöne. Ich lenke mit meiner Schönheit ab. Oh, geil. Er hat auf deine Brüste geguckt. Hat er ja viel zu gucken. Ja, guck? Yeah. Hahaha, geil. Und hier nochmal drüber, komm. Wuuu. Boah. Boah, boah. Aber ich gehäcke. Ich hab mir jetzt deutlich schneller vorgestellt. Irgendwie schon, ne? Yeah. Das sieht so extrem geil aus. Nimmst du die Abkürzung? Ja, ich probiere was aus. Und zwar hier. Ja. Hahaha. Komm schon, komm schon, komm. Ja, Mann. Ja. Okay, jetzt setzen wir nochmal zurück. Ich mein, das Auto ist doch dazu da, ein bisschen Schrott zu machen, oder? Das ist ja dein Auto. Mir ist das egal. Ja. Mir auch. Ist ja nur mein virtuelles. Wenn du Reparaturkasten sparen willst, mach einfach nochmal schnell neu ein. Yeah. So lange ich das Rennen nicht mit der Kiste machen muss, ist alles okay. Ach du Scheiße. Aber ey, souverän. Ja, Stunt Driving machen wir ein bisschen heute. Und jetzt geht's ab hier. Was mit Dennis und Heidi? Dennis und Heidi? Dennis und Heidi? Wer ist jetzt Heidi? Äh, Tobi und Heidi meinst du. Entschuldigung. Wegen den Haaren von Heidi meinst du. Wir fahren euch hinterher. Ich habe aber gerade eine Einladung zu einem Landrennen bekommen. Ach. Mit Treckern oder was? Ne, ne, das ist dann mit so... Da kam gerade der Zug. Off-Race. Off-Race. Ich glaube, da müssen wir aussteigen. Ich glaube, da müssen wir mal ein Rennen machen hier. Da kriegst der Knie dafür. Hör! Juhu! Oh, oh. Juhu! 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 Wir kriegen den Zug. Bist du bereit? Ich bin eh nicht mal im Wagen. Ach so. Machst du keinen Zugstunt mit mir? Ich wollte ein Rennen fahren eigentlich. Seid ihr denn Verloser? Ich hoste euch jetzt ein Rennen. Sandige Zeiten. Wenn ihr Bock habt natürlich nur. Natürlich. Hahahaha. So, Standardrennen. Okay, meine Karte ist langsam ziemlich eingedeutet. Ähm! Alter! Ich mach erstmal ganz normal. Alter, wenn dieser Dennis mich jetzt noch einmal tötet, ne? Ich rammer die Alchemisten ein bisschen weg. So, ich hab euch gerade mal eingeladen. Oh ja. Stimmt. Und auch die Alchemisten sind eingeladen. Juhu! Juhu! Was macht der denn da, Alter? Achtfahrer Salto, Mann. Sandige Zeiten! Also, ich hab erwähnt was Stuntrennen vom Feindschirm. Yeah! Tobi und Heideltraut. Juhu! Und Ballestic tritt auch noch bei. Hä? Wieso? Kommt net. Spielsuche offen. Ach so! Ja, musst du geschlossen machen. Weil wir sind jetzt wieder in der öffentlichen Lobby quasi. Ja, wollte ich nicht. Ich wollte nur alle aus aktueller Sitzung einladen. So, Playmassive tritt noch bei. Dann spiel mal. Bin am Start. Super. Lest doch mal vor, worum es geht. Ein Beispiel dafür, wie Los Santos aussehen würde. Wird nicht Millionen von Dollar für Bewertung ausgegeben. Geländestrecke durch die Gran Senora Wüste. Senora Wüste. Hab ich noch nie gemacht. Aber gut bewertet. Abgescheuert. Oh, Dünenbubby. Äh, wat? Das Problem ist, ich bin jetzt natürlich auch der schlechteste im Fahren hier. Ich nehme... Nach meiner Erfahrung damals nehme ich natürlich die Sanchez. Nachmachen! Nachmachen! Was? Ich hab doch letztens so gut Motocross gefahren. Ich bin Blazer. Das ist ein GTA-Rennen. Können wir ihn abknallen? Ach, weißt du was? Was soll es? So, sind alle bereit? Oh, ich bin bereit zum Spielen. Los geht's. Ich seh so geil aus. So, drei von fünf sind bereit? Alter, was... Ich hab auch so ne komischen Zähne jetzt. Okay, ich hab jetzt ne blaue Maschine. Was denn los mit den Zähnen? Du hast Aggression wahrscheinlich eingestellt. Aber Mist, ich hätte ne rote Maschine jetzt wählen sollen. Egal. Hast du auch ein Motorrad? Haben wir alle jetzt ein Motorrad? Sieht so aus. Aus Alchemisten. Der kommt gleich mit dem Tendenz. Leiler Helm, Heidi. Alter, der mit seinem dicken Auto da. Aber echt. Der nutzt uns alle jetzt weg. Und Ballistik auch. Eins. Go! Oh, voll der Ruckler erstmal zum Start. Ja, ja, ja. Wer startet denn da als erster, unverschämterweise? Ich weiß es nicht. Der haust da. Boah, Alter. Der ist ja auf Platz eins. Nein! Wow! Hä? Bei mir bin ich nicht auf Platz eins. Boah, Ballistik mit dem Jeep. Ballistik mit dem Jeep ist ganz vorne. Krass. Wie kann der so schnell fahren? Mit dem Dune Buggy, der ist bei mir vorne. Ja, ja. Genau, mein ich ja. Nicht mit dem Jeep. Huah! Ja, Tobi, ne ist klar. Ja, ne! Ne! Wow! Der, 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 der Squad hier ist ja mal gar nichts. Ich hab hier den Gong vor meiner Nase. Oh nein! 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 Ich bin gestürzt. Alter, wie bitter. Puh, Puh, Alter. Alter, ich bin voll genau da drüber. Es war ja eine Katastrophe. Also dank euch hat mich das Auto nicht mehr erwischt. Wheelie. Nein! Wow! Bin ich auf dem letzten schon wieder, oder wat? Ne. Ne, du bist der Erste. Heidel Tran ist noch auf dem ersten Platz. Wie kann das denn sein? Ja, das ist irgendwie kurios. Alter, ich war so gut. Ich wollte dich gerade überholen. Ich weiß. Ich hab's gesehen. Ich hab genau einen Millimeter, hat er mich nicht erwischt. Alter, ist jetzt Aufwohljagd. Ich krieg euch noch, ihr Penner. Niemals. Niemals. Hast du mich gerade Penner gemacht? Wer ist denn da gerade hingeblieben? Deine Mutter. Oh scheiße, Zäune. Ich komm nicht durch. Fuck. Zäune, die Geißel der Menschheit. Oh mein Gott. Ich hab so was von verschissen. Boah. Der Ballistik ist super. Und ich bin so was von letzter. Ein Sturz hier, und dann ist die Nummer durch. Deswegen hab ich mir kein Motorrad gemacht. Ja, das ist echt ein Problem beim Moped. Boah. Wie viele Runden sind denn das? Drei. Okay. Na gut, dann kann ich halt noch hoffen, dass ihr irgendwie Scheiße baut. Boah, ich muss echt aufpassen, dass der Heideltraub mich hier nicht wegwämmst mit seinem kleinen Buggy. Boah, der Mixer. Nein! Nein! Oh, ich hab die Kontrolle verloren. Boah, das macht weiter so. Wer ist denn da gerade Erster? Der Typ mit dem Dune-Buggy da. Krass. Ja, das hat natürlich auch die meiste... Wow! Alter. So jetzt aber, Wheelie, Alter. Boah, wieso fahr ich euch überhaupt hinterher? Wer hat denn da die Punkte nicht mitgenommen gerade? Ah, hier war das. Okay. Ah, scheiße! Fuck you! Alter, ich hab euch wieder, ihr Penner. Oh, der Sarraza klebt uns hinten an der Fersen los. Scheiße. Das gibt's immer so gut und jetzt sowas. Aufstieg und Fall! Eines Handlungsreisenden! Ach du Scheiße, das hat einen Fehler gemacht. Also die Abkürzungen lohnt sich nur bedingt. Ja. Die muss man kennen, vor allen Dingen, die Abkürzungen, sonst... Ja, ich fahr das natürlich auch alles jetzt zum ersten Mal. Ich auch. Ditto, Ditto. Tobi und Heideltraut sind doch schon Experten. Die haben doch schon zehn Mal... Ja, der war überhaupt nicht. Dennis hat, der ist auf jeden Fall clever. Der kennt die Strecke also schon. Der hat auch nichts gesagt, dass er das zum ersten Mal fährt. Ich hab das zum ersten Mal fahrt. Das ist ein kleine Striche. Ja, 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 ja. Ich hab nur gesagt, du sollst nichts über meinen Buff erzählen. Neue schnellste Runde. Geil. Yo. So, wen hab ich denn da vor mir? Ich glaube den Tobi. Kannst du eigentlich abballern? Du hast sowas Schwarzes an, du sexy Luder. Ja, das bist du. Oh, geil, Tobi. Fickst mich nie. Komm von hinten, Tobi. Fickst mich nie. Was, du Fickst? Ah, fuck it. Fick dich ins Knie? Was sind das für Töne? Entschuldigung, Tobi. Ach, guck mal, Playmassive kommt da angefahren. Du Assi. Verpiss dich. Oh, ne, das Auto... Nein, 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 das kann doch nicht wahr sein. So, ich bin Zweiter. Ich hab, ich bin, und ich bin wieder hinten. In der letzten Runde. Wieder gegen dieses, an selbe Stelle, selbes Auto. Ey, das dreht sich direkt vor mich. Ach, dieser Assi. Ich hatte gerade den Dennis. Ja, 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 ja. Der setzt sich zum Überholmanöver an und dann so'n Scheiß. Okay, jetzt würde ich Gas geben. Oh nein. Ich hab verkackt für den Letzter. Oh, das gibt's doch gar nicht. Mit viel Glück überholst du mich noch. Nein! Hau ab! Alter, der Tobi. Wer klebt mir da hinten an den Pferd? Tatsächlich, was hast du gemacht, Tobi? Hey, da war ich so glücklich gefahren. Nein! Was war... Geil! Du Arsch! Das war vorm Ziel, ey. Vorm Ziel schubst du dich weg. Vor allem schubst du der Motorrad... Mit Motorrad hab ich dich weggeschubst. Motorrad und Quad wegschubsen ist ja auch sehr wahrscheinlich hier. Aber okay, dritter Platz. Gefährliche Ecke da hinten, Tobi. Yeah! Wieder aufgeholt, souverän. Von ganz hinten. Wieder aufgeholt. Yes! Yes! Huh! Ah! Ah! Boah! Du bist dritter. Dritter? Achso, du bist dritter. Tatsächlich ist der Tobi noch letzter geworden. Geil! Ich will eine Wiederholung. Bei mir kommt gar kein Endscreen hier gerade. Das lass ich nicht auf mir sitzen, Jungs. Bei mir kommt ja gerade gar kein Endscreen. Soll ich hier alle durchs Ziel fahren? Der Tobi jetzt auch. Aber sonst... Bei mir kommt kein Ende. Ich bin fünfter von sechs. Hä? Wer ist denn... Fünfter von sechs? Wie geht das denn? Das sind die Archimisten jetzt. Und ich bin dann doch vierter geworden. Yeah! Du bist zweiter. Endlich kommt der Endscreen mal. Kann man eine Wiederholung machen? Ja, kannst du gleich machen. Zwölf Jahrbahnpunkte. Machen wir eine andere Map, oder? Da waren ja richtig viele dabei. Sechs Jungs. Geil. Geil! Rang 14. Ich freue mich. Aber hier, diese Machenschaften, mich hier mit dem Motorrad wegzudrängen, sind echt... Ja, entschuldige bitte. Was soll ich machen? Das wolltest du bei mir eben auch machen. Nein, ich wollte nur kuscheln. Ja. Hey, 616. Alter, 616 ist schon Level 49. Du sucht die! Unfassbar. Richtig krass. Der ist richtig krass. Die Alchemisten. Gesamtzeit nie beendet. Was war da denn los? Die Currywurst ist heute leider gar nicht dabei, Freunde. Die Currywurst ist heute gar nicht dabei. Der hat mir vorhin aber eine Nachricht geschickt. Aber die Regie wieder. Oh, was schreibt er denn? Ich will eine Wiederholung. Lass wiederholen, oder? Ach Quatsch, wir können doch was anderes machen. Eine andere Strecke. Topfahren? Was denn? Topfahren? Ach, Töpf! Töpf! Wie bei Ghost, oder was? Wiederholung. Wiederholung. Was machen wir? Wiederholung? Warum macht ihr jetzt alle Topfahren, Jungs? Da machen wir eine Riesenmission jetzt noch. Das lohnt sich nicht mehr. Ne, ist keine Riesenmission, aber da muss man fliegen können. Und noch mal die gleiche Strecke, aber wollen wir nicht eine andere nehmen? Fand's eigentlich lustig. Einmal können wir das gerade noch machen. Wir haben eh schon wieder eine halbe Stunde fast voll. Ja, na gut. Ich beuge mich. Ich beuge mich dem Gruppenzwang. Ich beuge mich dem Gruppenzwang. Also ich fand's witzig. Ich bin Zweiter. Ich will keine Wiederholung. Ich verstehe. Ich bin überlegen, ob ich nochmal das Motorrad nehme. Eigentlich ist das ganz gut. Aber wenn du halt einmal irgendwo gegenflatscht, bist du durch. Nö, manche haben... Ach cool, da kommen jetzt auch noch andere. Guck mal da. Rieschi und so sind auch am Start jetzt. Ist ganz cool. So, klasse Geländewagen. Ich guck mal ganz kurz. Ich kann klasse nur Geländewagen machen, leider. Verkehr lass ich ein. Eigene Fahrzeuge ist lustig. Aufholen. Kannst durchstarten. Let's go! Wrong. Fahrnungslevel macht der an. Geil. Soll ja ein bisschen lustig werden. So, Sitzung wird gestartet. Aber wie soll man das Fahrnungslevel denn bekommen? Ich glaube, das ist von Anfang an drin, oder? Hat man dann von Anfang an Fahrnungslevel? Ich weiß es nicht. Jaja, ich glaube ja. Ach du Scheiße. Dann nehme ich kein Motorrad. Wegen dem Bullen, ne? Ist glaube ich ein bisschen schwieriger mit dem Bullen. Ich nehme den Buggy mal hier. Oh, hier kann man wetten. Ja, danke Leute, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, dass ich A drücken muss, wenn ich wetten will. Ich habe immer einfach nur bereit zum Spielen gemacht. Ich nehme mal den hier. Was wettet ihr denn? Ich werde gar nicht. Ich bleibe bei der Sanchez. Ich bleibe bei der Sanchez. 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 Aber du weißt, wir werden von Bullen gejagt, ne? Wir werden von Bullen gejagt, das heißt, die werden unser Motorrad wegbäschen. Egal. Egal. Ist dir egal. Ich will Spaß haben, dazu bin ich hier. Und das kann ich mit dem Sanchez besonders gut. Mit dem Dirty Sanchez ganz gut Spaß haben. Das sieht so cool aus. Ich will das Cross-Motorrad perfektionieren. Willkommen bei Mario Kart für Erwachsene. Okay, da bin ich mal gespannt, wer jetzt hier ist. Ach krass, Autos hier am Start. Die Regie. Oder der Regie in dem Fall. Oh, ich starte als Erster. Warum das denn? Cool, ich starte fast als Letzter. Wie geil ist das denn? Scheiße. Was geht mit dem Ballistik denn? Boah, ihr Säcke! Boah! Ey! Mann! Ihr hasst mich nur, weil er am zweiten war! Nein! Jetzt werde ich voll verkacken. Alter! Alter war das knapp. Boah, jetzt war ich... Was ist denn das hier von der... Das ist da eine ungemühe... Das ist ja fast sicher nicht. Fein ist dort gegen die Alchemisten hinter mir. Alter! Nein! Plimm ist sie von mir oben! Lass es sein, Dennis! Lass es sein! Ich will mein Motorrad zurückfahren! Alter, wie schön! Der Ballistik, das kann doch nicht wahr sein! Ich frag mich auch... Alter! Der hat ein eigenes Auto getunt! Bestimmt! Sorry, anders kann das nicht sein! Den Buggy kann man nicht tunen! Boah, Alter! Der muss also auch mit so'n Wind fahren! Ich kann gleich aufgeben! Der Buggy... Mein Buggy hier, der überschlägt sich bei jedem Scheiß! Boah, wie ich heize hier! Aber das mit den Fahndungshelven? Hier gibt's gar keinen Fahndungshelven! Ne, ich dachte, wir hätten jetzt eine Fahndungshelven! Boah, wer ist da gestört! Der hat hier Mist und worden weggenockt! Von Ballistik! Und da dreht sich auch gar nicht! Mist, Alter! Der Käfer ist voll scheiße! Der ist voll scheiße! Ich kann den Käfer nicht fahren! Heul doch! Der ist voll scheiße! Der kippt sich immer um! Ich bin mit den Käfer mit einer Hand gefahren! Ich bin hinter Ballistik, Jungs! Wo hast du die andere Habe gehabt? Die alte Mist hat mich grad überholt! Tobi? Bitte? Wo hattest du die andere Hand? Der Hose! Der Hose hingehört! Das ist cool! Boah, ey, das kann doch nicht sein! Der Dune Buggy ist eigentlich langsamer als mein Fahrzeug! Ich versteh's auch nicht, warum der Erste ist mit dem Ding! Der ist auch voll richtig abgepiskt! Der hängt noch richtig ab mich hier! Das gibt's gar nicht! Der macht richtig Zeit gut! Der ist auf jeden Fall super runde! Der ist super viel schneller als die Calvados! Wie heißen die? Stimmt aber es nicht! Jaja, ich glaube auch! Der schummelt! Der schummelt! Ich weiß es natürlich! Ich will jetzt niemand in die Schuhe schieben! Nein, der schummelt! Der schummelt! Du schummelt! Nein, ich hab mich gedreht! Nein! Geil! Wer ist denn da so nah hinter mir gerade? Der Tobi steht drauf, wenn sich der Dennis dreht! Nein! Alter! Der Player der Arsch! Der hat mich beinah weggecheckt, der sagt! Nein! Nein! Dieser Penner! Also bein... Steht das beinahe noch oder hat sich das geändert gerade? Das gibt's doch nicht! Play Massive ist auf dem ersten Platz weich! Also irgendwie... Die Anzeige stimmt aber auch nicht ganz da, ne? Boah, der Player ist absolut cool! Ey, das muss ich echt zurücknehmen! Sorry, Alter! Fuck it! Ich wusste nicht, dass du es warst! Aber der hat mich gerade vorgelassen, weil er mich weggenockt hat! Das ist echt nett! Scheiße! Und ich habe gerade einen Fehler gemacht und da überhaupt mich gerade... Wer ist das eigentlich im rosa Jeep? Äh... Das ist Reishi! Boah! Boah! Reishi! Der hat mich gerade voll weggeschmisst! Weggeschmisst! Aber der... Weggeschmisst! Aber der Käfer ist echt scheiße! Am besten ist echt der Buggy, ne? Der Ballistic macht ja auch die ganze Zeit neue Bestzeiten! Ich verstehe das gar nicht! Ich krieg den niemals in Ballistic! Das ist viel zu krass bei dem Typen! Boah! Vorsicht! Da ist ein Traktor! Trecker auf der Schrecke! Traktor! Vorsicht! Traktor! Boah! Ich kann eigentlich gleich einpacken mit dem Käfer! Scheiße! Habe mal echt einen Griff ins Klo! Liebe Freunde! Wenn ihr Wüsten-Rallys macht, nehmt nicht diesen Buggy! Es sei denn, ihr beherrscht perfekt! Also ich... Das Motorrad ist eigentlich super! Aber ich glaube der Dune-Buggy ist das Rezept! Da kommt ein Zug! Wie soll man das denn machen? Die Leute, die das schon ein paar Mal gespielt haben, spielen mit dem Dune-Buggy! Ey, wenn da ein Zug kommt... Alter! Mega-Ruckler gerade! Ja! 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 Kriege nicht abgehängt! Ja klar! Das ist jetzt... Okay, ich bin tot! Oder was ist jetzt? Alter! Ich häng hier fest! What the fuck? Nein! 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 Oh! Das war deine beste Runde! Und wieso überholt... Ja, aber ich hatte einen fetten Unfall! Wieso überholt ich dauernd Regi? Das macht sie doch extra! Also der Player glaube ich auch, also der hat mich ja eben weggenockt, aber den habe ich jetzt abgehängt zum Glück, aber der spielt eigentlich gut, der hat mich jetzt extra wieder vorgelassen, er hätte locker zweiter sein können. Also ich glaube, ich glaube auch, dass Regi mich ja vorlässt. Philistik beendet das Rennen als Erster. Ja, natürlich, das ist ja klar. Die neue Ameise. Nee, ach Quatsch, ach Quatsch. Aber ich habe echt eine solide Nummer gemacht. Ähm, ich nehme den Mund besser nicht zu voll. Nein, nein, nein. Boah, ganz nah. Na ja, na ja, na ja. Aber danke dir Player nochmal, sorry, dass ich Penner genannt habe, ich wusste nicht, dass du es bist und sagte, mich hätte alle weggecheckt. Es war ein Würgereflex. Ich bin mal wieder die Mitte, die goldene Mitte. Ich komme als Vorletzter eingetrodelt wahrscheinlich. Zweiter, Leute, ich bin mittlerweile Level 10. In zwei Folgen, ne? Ja, in zwei Folgen, zwei Level. Ist cool. Die Aufholjagd. Und bei mir ist man wenigstens auch noch dabei. Was? Ja, 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 bei mir auch übrigens. Na ja. Ich habe es dann gesagt, das letzte Mal habe ich nicht mehr gelevelt, weil ich dachte, der Walle wollte das nicht mehr. Da nehme ich Rücksicht drauf. Aber Dennis und Tobi. Das wäre blöd, wenn wir im Deathmatch sind oder so. Oder jetzt auch hier beim Fahren, bessere Fahrskills an die anderen. Ja, aber ohne das hätten wir vorhin den Überlebenskampf nicht geschafft. Ja gut, das stimmt. Nein. Den hätten wir auch so geschafft, Tobi. Ich will nicht mehr. Okay, wir machen jetzt, gehen wir zurück in die Dings, würde ich sagen, ne? In die, in die Realität. In die riesige Welt. Das ist richtig. Der zeigt jetzt den Mittelfinger. Vielleicht können wir ja in der nächsten Folge ja mal auf einen Mittelfinger-Server gehen. Ja, das wäre eine Idee. Ja, bin ich dabei, bin ich dabei. Gefällt mir. Ameisen, wo bist du? Hier, gefällt mir nicht. Was passiert, wenn ich gefällt mir nicht mache? Ich würde ja ein bisschen Action wieder machen, ne? Mal ein paar Leute umbetzen und so. Heide Trauer hat er 400 Dollar verloren. Ja, weil ich auf dich gewettet habe. Ja, mhm. Ich wette auf deine Mutter. Okay. Was? Das ist leider immer das Geld weg, weiß der ja. Liebe Kinder, ich gehe jetzt in den freien Modus. Ja. Lito, Lito. So, da gehe ich auch mal in den freien Modus. Das war sehr verletzend. Du bist ein guter Lügner. Ach ja. Ich bin ja bald Level 20. Und du, Tobi? Gehe ich den Scheißdreck an. Ach, Sarah, bei unseren Channels kann man das wenigstens noch sehen, wie man wächst, weißt du, im Spiel, wie der Charakter wächst. Nee, das finde ich ehrlich sogar cool. Ja, finde ich auch. Viel besser als bei den anderen. Ich habe jetzt noch gar nicht, also minimal gelevelt, nur weil der Server am Abstürz. Aber sonst habe ich eigentlich nichts ohne die Zuschauer gemacht. Ich habe zwischendurch immer joggen und ein paar Läden überfallen, aber nur zwischen der ersten und zweiten Aufnahme. So oft, wie ich gespielt habe, mich hochgespielt habe und dann kam immer oben rechts, Gronkh.de spielt GTA 5. Hm? Da meint ihr die ganze Zeit auch ein Loading. Natürlich, Alter. Jetzt kommen sie raus. Weil wir nehmen mal das Let's Play auf den. Natürlich. Ja, na klar. Ich hatte letzte Runde in Level 11 und habe hier auch mit Level 11 gestartet, ihr kleinen Penisse. Ach, dein Charakter wieder extra neu gemacht, nochmal, ne, damit das nicht peinlich wird. Ich habe extra nochmal genau gleich gespielt. Ich habe schon fünf Charaktere, weil ich so geil bin auf das Spiel. So. Ja, die Frage ist, was machen wir denn... Okay, dann verabschieden wir uns für diese Episode. Genau, was machen wir von der nächsten Episode? Wir suchen uns einen richtigen Server. In der nächsten Episode können wir mal... Machen ein bisschen scheiße, ich lade Ameise ein. Schön, freu ich mich. Boah, den bring ich um, den mach ich richtig fertig. Ich bin gespannt. Cool, Jungs. Ja. Können wir ein bisschen Playerkill machen, ein bisschen Assi sein mal zwischendurch. Die sind ja sonst immer so nett, wisst ihr? Da kann man ja... Tobi, der Mann will dich. Der Mann will dich, Tobi. Ich bleibe nett. Ich mach hier noch ein bisschen Arbeit zum Verabschieden. Wen hast du denn gerade umgebracht, Tobi? Ach, so heiletum. Leg dich niemals mit einer Frau an, Alter. Ich habe erstaunlich viel Geld verdient in letzter Zeit. Tobi, kommst du mit? Das gibt mir zu denken. Wo bist du? Hier, schnell, 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 schnell. Oh, Hilfe. Steig ein. Im Prinzip ist ja scheißegal, wie viel Geld man hat, weil wir kriegen immer mal 500.000. Hast du gerade geballert? Der andere hat geballert. Boah. Das gibt es ja gar nicht. Alter, weißt du mal, was das Lustige ist? Dass er gerade 1.200 Dollar zahlen musste, weil er uns gesprengt hat für die Karre. Scheiße. Ja, und der kriegt irgendwann Spielverderber. Dann kann er nicht mehr mit uns spielen, Alter. Du bist ein Spielverderber, wenn du nicht aufhörst. So, siehst du? Was hast du denn gemacht, Dennis? Der hat uns gerade in der Luft gesprengt. Der hat ja Erich sein Auto platt gemacht. Aber das geht nicht in einer Crew-Session, ne? Was denn? Das geht nicht in einer Crew-Session, dann kriegst du auf den Sack, wenn du die Crew-Typen tötest, oder was? Ne, allgemein. Wenn du gegnerische Fahrzeuge, also die Fahrzeuge von anderen Mitspielern zerstörst, bist du geflaggt irgendwann. Aber das muss doch gehen. Ich meine, ich kämpfe ja auch mit denen. So, warte, da sind die Alchemisten. Ich hoffe, der hasst mich nicht. Wenn mich jetzt jemand fünfmal angreift. Ich kann da leider nicht... Okay, Jungs, machen wir mal eine Folgenpause und sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann geht's los mit euer richtigen Bältchen. So, ich steig mal bei den Alchemisten ein und dann gucken wir mal, was wir an der nächsten Folge so machen. Ich bin sehr gespannt. Freunde, bis zur nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao mit V. Tschüss. Ja, alter Zinnober, was da heute los war mit dem Rennen. Also, erste Runde souverän. Ich hier natürlich in meiner glanzen Gloria. Nächste Runde nicht so geil, aber ihr habt natürlich alle verkackt. Was? War Zweite an der letzten Runde? Du Assi. Ich sag's doch nur so, weil ich ein Assi bin. Ja, ja, komm, halt deine Fresse. Verpiss dich. Ciao. Du kleiner Striche. Ja, 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 ja. Ich sag's doch nicht.